Hi, mein Name ist Matthias und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, wie du Zellen in Microsoft Excel einen Namen gibst und was das bedeutet. Bevor wir nun mit diesem Video starten, hier noch ein kleiner Hinweis. Wünschst du dir zu einem Team ein Video, so schreibe es doch in die Kommentare. Wie du siehst, befinden wir uns in unserer Beispiels-Arbeitsmappe. Du kannst diese Arbeitsmappe ebenfalls für Übungszirke nutzen. Den Download-Link findest du in der Videobeschreibung. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was Zellen einen Namen geben eigentlich bedeutet. In den meisten Microsoft-Arbeitsmappen hat man immer einen Wert, der fixiert ist und sich auch nicht ändert. Nun kann man hier für die Formeln diesen Wert fixieren mit der Kombination F4 bzw. den Dollarzeichen vor der Spalte und vor der Zelle. Nun sieht es aber so aus, dass genau dieses Fixieren manchmal fehlerhaft ist bzw. auch, wenn man diesen Wert in einem anderen Arbeitsblatt hat, dies zu Verzögerungen in der Effizienz führt. Um dies zu vermeiden, kann man folgendes tun. Und zwar bietet Microsoft Excel die Möglichkeit an, eine Zelle einen Namen zu geben. Dieser Name wird im Anschluss in der gesamten Arbeitsmappe und auf allen Arbeitsblättern hinterlegt, sprich man kann diesen dann mitsamt Inhalt in Formeln nutzen. Ändert man nun diesen Wert in dieser Zelle, welche man benannt hat, so wird automatisch die ganze Arbeitsmappe aktualisiert. Gut, wie machst du das nun? Um dies zu tun, habe ich mir hier Beispielsdaten vorbereitet und zwar Produkt A bis D mit einem Nettopreis und ich möchte nun hier den Preis inklusive Mehrwertsteuer darstellen. Nun kann es sein, dass ich in meiner Arbeitsmappe ein extra Arbeitsblatt für genau diese Steuersätze für Länder und Co. habe. Und ich müsste nun immer wieder zwischen den Arbeitsblättern hin und her springen. Um dies zu vermeiden, kann ich eben diesen Zellen einen Namen geben. Und zwar habe ich hier, um das zu zeigen, einen Steuersatz von 20%. Nun möchte ich hier dieser Zelle einen Namen geben und das mache ich, indem ich in die Zelle reinklicke und hier links oben, wo die Spalten- und Zeilennummer ist, reinklicke und nun hier einen Namen eingebe. Als Beispiel Mehrwertsteuer 20. Klicke ich nun hier auf Enter, so wird diese Zelle hier mit Mehrwertsteuer 20 verknüpft. Möchte ich diese nun in einer Funktion nutzen, als Beispiel hier für die Umsatzsteuer, so klicke ich einfach rein, schreibe istgleich den Nettopreis mal und nun kann ich entweder die Zelle auswählen oder ich schreibe einfach rein MWST und mir wird hier schon der Steuersatz vorgeschlagen. Ich klicke darauf und sehe, dass ich dieses Feld nun hier habe. Wie gesagt, egal in welchem Arbeitsblatt ich mich befinde, ich kann diese Zelle von nun an nutzen. Nun drücke ich auf Enter und wir sehen nun, dass es ausgerechnet worden ist. Den Preis inklusive der Mehrwertsteuer zeige ich noch an, indem ich die beiden kliere und nun fülle ich das Ganze noch aus. Ändere ich nun diesen Steuersatz hier, indem ich in die Zelle reinklicke, so sehe ich nun, dass automatisch alles, wo dieser Steuersatz hier verwendet worden ist, sich aktualisiert. Das heißt, guck, dass du in deinen Arbeitsmappen ein Übersichtsarbeitsblatt hast, wo du genau solche Informationen, welche fixen Werte haben, einträgst und im Anschluss dich mit den Zellennamen darauf beziehst. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits und zwar möchtest du dein Microsoft Excel-Wissen auffrischen oder erweitern, so empfehle ich dir den Microsoft Excel-Kurs von iLearn. Dort lernst du in aufbohrenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema Microsoft Excel. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads in Form von Übungen und sonstigen Hilfsmitteln, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir, bei Erfolg, dein Microsoft Excel-Zertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere euch diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias. Bis zum nächsten Mal.